Kann man genug Plug-Ins haben? Ich denke nicht, aber man kann zumindest genug Plug-Ins haben, um den Überblick zu verlieren. Das ist jedenfalls der Eindruck, den ich habe, wenn ich in meinen Plug-In-Ordner reinschaue und denke, dass ich dringend mal wieder aufräumen sollte. Denn wenn ich mal ehrlich bin, greife ich im Mix ja dann doch immer wieder zu meinen Lieblingen. Zum einen, weil ich sie einfach mag und zum anderen, weil ich sie gut kenne. Und zwar so gut kenne, dass ich ohne großes Nachdenken sofort die Sound-Idee im Mix umsetzen kann, die mir vorschwebt. Und welche meine drei Lieblings-Plug-Ins von den Sound-Toys sind, das verrate ich dir in diesem Video. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Zack und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Heute mal wieder zum beliebten Thema Drei Lieblinge. Genau, Drei Lieblinge, so heißt nämlich diese Videoreihe, in der ich dir meine drei Favoriten von einem ganz bestimmten Hersteller vorstelle. Und dieses Mal geht's um die Sound-Toys. Wir schauen also gleich mal zusammen in meinen Plug-In-Ordner und ich verrate dir, welche Plug-Ins ich von den Sound-Toys habe, aber vor allem auch, welche drei ich wirklich regelmäßig benutze. Und wie immer bei Drei Lieblinge gilt natürlich, dies ist keine Werbung, sondern ausschließlich ein Überblick darüber, welche Plug-Ins ich tatsächlich benutze. Einfach um dir zumindest die Chance zu geben, vielleicht nicht unbedingt alle Plug-Ins oder einen riesen Bundle von jedem Hersteller zu kaufen, sondern vielleicht einfach nur die relevanten Drei oder Vier oder Du weißt schon, was ich meine. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, zeig es mir gerne über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten. Und falls du auch mal ein paar Vorschläge hast, welche Plug-Ins ich von einem Hersteller zeigen soll, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare und ich schaue, was ich für dich tun kann. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich hier einen Mix aufgemacht. Das ist mein Mix von den aktuellen Spuren des Monats, der Song Flaute von Gnadenbrot, der auf diesem Album hier zu finden ist, auf dem Album Kreuzfahrt. Link dazu unten in der Videobeschreibung, falls du Bock drauf hast, diesen Song Flaute, über den wir jetzt gleich reden werden und an dem ich dir dann auch meine Plug-Ins zeige. Falls du den mal selber mischen möchtest, kannst du dir die Spuren als Premium-Mitglied im Recording-Blog runterladen, findest da dann alle Spuren, alles, was du dafür brauchst und vor allem dann später auch ab dem 15. im Monat ein ausführliches, wirklich sehr langes Video-Tutorial, in dem ich dir erkläre, wie ich meinen Mix gemacht habe, wo du dann gucken kannst, dich inspirieren lassen kannst, gucken kannst, wie ich einige Lösungen gefunden habe und dich dann inspirieren lassen kannst für deinen Mix, das am Rande. Aber wir hören jetzt mal kurz rein, wie mein aktueller Mix klingt, nämlich so. Geiler Song, großes Werk und klingt wirklich fantastisch. Mein Mix, ich bin auch sehr zufrieden, ich muss den gleich noch eben fertig machen, aber ich wollte dir ja zeigen, die Plug-Ins von Soundtoys, die ich im Einsatz habe. Wir schauen mal kurz rein, welche ich hier am Start habe. Wir gehen mal kurz hier auf irgendeinen Kanalzug drauf und wir gucken mal erstmal in meine Liste rein, was wir hier am Start haben. Also, meine Plug-Ins von Soundtoys sind, ich glaube, das sind alle. Gucken wir mal hier, vom Crystallizer, Decapitator, über Echo Boy und Echo Boy Junior, Filterfreak, Little Alter Boy, sind alle am Start. Startpenman, Face Mistress, klingt so ein bisschen nach Jimi Hendrix, runter bis zum Tremulator. Da dieses Video aber drei Lieblinge heißt und nicht alle Plug-Ins von einem Hersteller, schauen wir uns mal meine drei Lieblinge an. Und die habe ich natürlich auch in diesem Mix hier eingesetzt. Das heißt, der Mix von Flaute ist auch unter Einsatz dieser drei Plug-Ins entstanden. Vor allem bei den Vocals habe ich die eingesetzt. Und wir gucken jetzt am besten mal direkt anhand der Refrainstimme. Das heißt, die Hauptstimme, die im Refrain singt, was ich hier gemacht habe. Und da siehst du schon, hier ist der Kanalzug, in dem ich hier alles habe. Hier ist der Fader, Panorama natürlich in der Mitte, hier sind ein paar Sense und so weiter. Und hier ist meine Kanalkette, hier ist der TD-Anova, ein Leaf Preamp, ein 1176-Kompressor, dann ein LA-2A-Kompressor, in diesem Fall von Native Instruments. Und darunter schon zwei von drei Plug-Ins, die ich auch wirklich fast in jedem Mix einsetze, wo ich wirklich in diesem Mix auch nochmal speziell drauf geachtet habe, die einzusetzen. Aber vor allem das erste, der Decapitator, das ist eigentlich ein Plug-In, was ich nahezu regelmäßig in jedem Mix einsetze. Denn der Decapitator ist ein Verzerrer, ein Oberton-Hinzufüger, ein Overdrive. Nenn ihn, wie du möchtest. Ich nenne ihn Decapitator. Und du kannst damit verschiedenste Stufen von Verzerrungen abrufen und die einem Signal hinzufügen. Ich nutze ihn zum Beispiel sehr gerne, um bei Vocals zum Beispiel noch so ein bisschen Griff ranzukriegen. Wenn die Stimme also so ein bisschen harmlos klingt oder sich vielleicht im Mix nicht so richtig durchsetzen will, dann kann ich mit dem Decapitator immer fantastisch hinzumischen und kann einiges dazugeben. Und du siehst, dass hier eigentlich gar nicht so viele Knöpfe am Start sind. Also dafür, dass dieses Tool wirklich so kraftvoll ist, sind hier wirklich relativ wenig Knöpfe am Start. Der wichtigste natürlich auf der linken Seite, der Drive-Regler, mit dem man wirklich reindrehen kann. Also bis Ultimo, mit dem man wirklich richtig viel Verzerrung reindrehen kann. Aber wenn man das nur so leicht andicken möchte, wie ich jetzt bei den Vocals zum Beispiel, dann ist der halt hier so zwischen 2 und 3. Und wenn du es wirklich richtig hart traust, dann kannst du auch nochmal mit dem Punish-Knopf hier oben, der ist so eine wirklich passende Bezeichnung für diesen Knopf, der quält dich wirklich mit noch mehr Verzerrung. Wenn du den reinmachst, dann fliegt die Kuh, dann geht es richtig ab. Aber das Tolle ist halt, dass du hier eben nicht nur einmal Overdrive reindrehen kannst oder einmal Verzerrung reindrehen kannst, sondern dass du hier eine ganze Menge verschiedene Möglichkeiten hast, reinzudrehen. Nämlich verschiedene Charakteristika, die hier abgebildet sind über diese Knöpfe A, E, N, T und P. Das sind fünf verschiedene Arten oder Nachbildungen von verschiedenen Verzerrungsstufen. A steht zum Beispiel für einen Ampeg-Preamp, der in einer Tape, Preamp in einem Tape in einer Bandmaschine, so ist es richtig zu finden ist. Das ist also der Vorverstärker aus einer Bandmaschine, die Ampeg 350. Dann das E steht für einen EMI, also aus dem Studio, aus dem EMI-Studio, aus einem Kanalzug, dem berühmten TG-Channel, der auch von Chandler nachgebaut wird. Der funktioniert auf Basis von Germanium-Transistoren, hat also eine ganz spezielle Art, Verzerrung und Obertöne hinzuzufügen. Dann haben wir N, das steht natürlich für NIV, die beliebte NIV-Verzerrung oder die Obertöne, die einen NIV-Preamp hinzufügt. In diesem Fall ist die Nachbildung von einem 1057-Preamp, glaube ich, ich habe es mir das aufgeschrieben, genau, ein 1057, ich dachte immer, bei 1073 geht es los, habe dann gelesen, okay, es gab vorher auch schon NIV-Preamps. Der ist dann hier nachgebildet worden und bringt natürlich auch einiges mit, was alle NIV-Preamps insgesamt mitbringen und sorgt dafür, dass eine Stimme zum Beispiel schön griffig wird, ein Signal richtig schön sich gut durchsetzen kann, je nachdem, wie viel Verzerrung man hinzugibt. Dann T für Triode und P für Pentode, hier sind die zwei Röhren-Simulationen von einem Thermionic Culture Vulture, von einem 19 Zoll Verzerrer nachgebildet worden, einmal eine Triode, also eine Vorstufenröhre und einmal eine Endstufenröhre, jeweils mit ihrer unterschiedlichen Charakteristika und dann kann man sich einfach nach Herzenslust austoben mit dem Decapitator und gucken, wie viel oder wie wenig Verzerrung man hinzugibt seinem Signal. Ich habe es jetzt, wie gesagt, hier auf der Hauptstimme und gebe da noch so ein kleines bisschen Griff drauf und wir hören uns die mal kurz solo an. Ich nehme den Echo Boy auch mal runter und wir hören mal kurz an, wie es ganz normal ohne klingt. Da sind jetzt nur die Halb-Plugins drauf und meine übliche Kette. Du hörst, dass der NIV-Preamp hier schon ein bisschen angeschossen ist, den ich hier drauf geladen habe, das heißt, der bringt schon ein bisschen Obertöne mit, aber ich habe halt mit dem Decapitator noch mal ein bisschen was oben drauf gelegt und ich schalte ihn mal ein, erst auf Bypass und mache ihn dann mal an. Ich überbetone mal. Also man kann richtig reingeben, man kann richtig verzerren, wobei der Ampeg noch verhältnismäßig zurückhaltend ist. Wenn man das Ganze mal auf Triode umstellt hier. Und wenn du aufmerksam warst, dann hast du vielleicht schon eine weitere Funktion gesehen, denn natürlich, wenn ich Verzerrung reingebe, gebe ich Verstärkung rein und eigentlich würde das Ausgangssignal lauter werden. Aber wenn du hier rechts auf der rechten Seite auf Auto stellst, dann wird der Output automatisch angeglichen, sodass es beim Verstärken nicht lauter wird und dass du dann zumindest dafür sorgen kannst, dass du einen direkten Vergleich hast, was mit dem Signal eigentlich passiert, ohne dass es jetzt lauter wird und du es sowieso schon geiler findest, weil es eben lauter wird. Also sehr, sehr praktisch. Weitere Einstellungen hier zum Beispiel die Equalizer-Fraktion, in denen du noch einen Low-Cut reingeben kannst, den grundsätzlichen Ton noch, den Toncharakter verändern kannst, eher zum dunkleren, also zum belichteren Sound oder zum helleren Sound hin. Dann ein High-Cut, mit dem du noch Höhen abschneiden kannst. Natürlich, das macht ein High-Cut. Er schneidet Höhen ab. Und dann auf der rechten Seite noch ein ganz wichtiger Regler, der Mix-Regler, mit dem du tatsächlich dafür sorgen kannst, wie das Verhältnis zwischen verzerrter und unverzerrter Stimme ist. In dem Fall habe ich es jetzt mal voll auf wet gelassen, aber natürlich auch, weil ich nur relativ wenig dazu gegeben habe. Aber du merkst schon, mit dem Tool kann man sehr kreativ umgehen und kann wirklich schön und gezielt Verzerrungen hinzufügen und dafür sorgen, dass das Signal entweder voll verzerrt wird. Bei einem Bass ist das zum Beispiel sehr geil. Eine Bassdrum, eine Snare kann man damit mächtig anfetten oder indem man die Vocals einfach ein kleines bisschen mehr anzehrt und dafür sorgt, dass sie ein bisschen durchsetzungsfähiger im Mix bleiben. Also, Decapitator bei mir natürlich in jedem, na was heißt natürlich, bei mir in jedem Mix zu finden und ich finde immer eine schöne Einsatzstelle für den Decapitator, um da wirklich nochmal richtig Drive reinzubringen, denn das macht das Teil. Plugin Nummer zwei ist der Echo Boy Junior. Ein Delay-Plugin, auch hier auf meiner Hauptstimme zu finden, speziell wenn ich eine Hauptstimme im Refrain benutze, dann mache ich gerne nochmal ein bisschen Delay drauf. Also, neben dem Hall, den ich sowieso schon drauf mache, mache ich auch Delay drauf. Und der Echo Boy Junior, deswegen, es gibt auch einen großen Echo Boy und den Echo Boy Junior nutze ich, weil der einfach so super easy einzustellen ist und wirklich ganz schnell zum Ergebnis führt, was du haben willst. Er ist übersichtlich auf jeden Fall. Wir haben hier die Fraktion, wo du auf jeden Fall schon mal das trockene und das nasse Signal, also das Delay-Signal hier mischen kannst. Dann natürlich die Delay-Zeit, die du einstellen kannst, die kannst du dann hier unten wählen, ob du die Zeit einstellen möchtest, also per Millisekunden direkt eingestellt. Ob du Notenwert direkt angepasst ans Tempo vom Song haben willst, eine punktierte oder ein triolisches Delay kannst du alles einstellen hier. Dann kannst du hier noch das Feedback einstellen, also im Prinzip alle Regler, die man von einem Delay eigentlich auch braucht. Dann haben wir aber hier auch wieder verschiedene Charakteristika, verschiedene Tapes zum Beispiel oder ein Tape-Echo, das da abgebildet ist oder verschiedene andere Echos, die nachgebildet sind. Kann man hier verschiedene Charakteristika einstellen. Dann kann man hier vom Echo auch noch so ein bisschen den Sound des Echos verändern, indem man so einen leichten Equalizer hat mit einem Low-Cut, einem High-Cut, kann man zum Beispiel Höhen und Bässe noch abschneiden und dafür sorgen, dass das Delay zum Beispiel nicht so offensiv im Mix ist und sich so zu laut durchsetzen würde im Mix. Also von daher tolles Ding, auch wirklich sehr übersichtlich und einfach zu bedienen und dann auf der rechten Seite noch Input und Output, damit man auch dafür sorgen kann, dass man mit zu viel Delay trotzdem nicht übersteuert aus dem Plugin wieder rauskommt. Oder wenn der Pegel zu gering ist beim Input, dass man da auch nochmal Gas geben kann. Auch hier, wie bei den Soundtoys üblich, ein Saturation-Knopf, mit dem man auch wieder Obertöne hinzufügen kann. Und du merkst schon, also eine der Spielereien, die in jedem Soundtoys-Plugin drin sind oder die Basis sogar von einem Plugin sind, das ist tatsächlich Saturation und Verzerrung, also Obertöne, die hinzugefügt werden können, um Signale nochmal ein bisschen griffiger, aber auch analoger klingen zu lassen, einfach an der Stelle. Hier auch von mir nochmal reingedreht, aber in dem Fall jetzt nur fürs Delay, die Saturation. Und super easy und ich mache ihn mal einfach an. Wir hören einfach mal, was passiert. Ich stoppe mal jetzt an der Stelle und drehe mal den Dry-Wed-Regler ein bisschen mehr auf Wet, damit du mal hören kannst, wie das Delay klingt. Drehen wir mal auf Dreiviertel auf. Und da läuft es auch schon wieder aus und ich drehe mal wieder zurück, damit ich den normalen Wert hier drauf habe. Aber damit kann man halt sein Delay anpassen und du kannst hier sogar noch auswählen, habe ich dir gar nicht gezeigt, welchen Modus du haben möchtest, einen normalen Modus, ob das ein breiteres Delay sein soll oder ob es sogar ein Ping-Pong links-rechts sein soll. Also von daher ganz schnell einzustellen, ganz easy. Und ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, ich brauche Tools oder Hilfsmittel und Plug-ins, die ganz schnell eine Vision, eine Idee von einem Sound umsetzen können. Und da ist der Echo Boy Junior auf jeden Fall ganz weit vorne. Das dritte Plug-in in meiner Liste von drei Sound-Toys-Lieblingen, wenn man es so nennen möchte, ist der Little Altar Boy. Das ist wahrscheinlich ein Plug-in, was du jetzt nicht so direkt erwarten würdest, aber der Little Altar Boy, den habe ich auf einer parallelen Spur hier unten drunter. Und die heißt Vocals, Lied, Refrain, tiefer. Mit tiefer ist gemeint, dass hier ein Wort gedoppelt wird an der Stelle, hier am Schluss von dieser Passage. Und das soll tiefer abgespielt werden und zwar genau eine Oktave tiefer. Und dafür nutze ich super gerne den Little Altar Boy. Auch wirklich ein super einfach einstellbares Plug-in, das nur die wichtigsten Regler tatsächlich mitbringt. Nämlich auf der linken Seite natürlich der Pitch-Knopf, mit dem man einstellen kann, wie viel das Signal denn eigentlich verstimmt werden soll. In diesem Fall habe ich es eine Oktave tiefer abgespielt, also minus zwölf Halbtöne. Und auf der rechten Seite kann man dann praktischerweise dann auch noch den Formanten einstellen. Was genau ein Formant ist, habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Falls du die original wissenschaftliche richtige Erklärung hast, schreib sie gerne mal unten in die Kommentare rein. Jetzt nur so viel. Ich weiß, was dieser Regler macht, wie es klingt, wenn man an ihm dreht. Nämlich man kann dafür sorgen, dass der Sound von einer Stimme oder von einem Signal ein bisschen tiefer oder höher klingt. Eine Mickey-Maus-Stimme kannst du ein bisschen mehr nach einer echten Stimme klingen lassen oder eine stark runtergepitchte Stimme, die so murmig wird, kannst du dann wieder ein bisschen so in die Form bringen, dass es tatsächlich so klingt, als wenn hier ein echter Mensch sprechen würde. Mit dem Formanten kann man also den Charakter der Stimme nochmal ein bisschen nachbilden. Wie gesagt, was rein wissenschaftlich dahinter steckt. Ich habe es mal nachgelesen. Ich wusste es auch mal, aber es ist so kompliziert. Also wenn du es in kurzen, knappen Sätzen aufschreiben kannst, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare und wir lernen dann alle von dir. Aber wie gesagt, wichtig ist ja nur, dass man weiß, wie es klingt, wenn man ihn benutzt. Und in dem Fall habe ich dann dafür gesorgt, dass aus der Stimme, die ursprünglich, ich mache das mal aus den Little Older Boy, die ursprünglich an dieser Stelle wie Volk geklungen hat. Machen wir mal einen kurzen Loop hier. So klang sie original. Ohne Fahrt kein Ruder. Hier kommt noch eine Delay-Fahne hinten dran, aber das ist die Originalstimme. Und jetzt mit dem Little Older Boy klingt es. Ohne Fahrt kein Ruder. Du merkst, es klingt schon kaputt, ja. Aber es klingt auch so ein bisschen wie so eine echte Stimme und es soll das Ganze ja nur ein bisschen dicker machen und andicken. Dann kann man das auf der einen Seite, indem man das entweder höher pitcht, entweder in charmanten Intervallen, zum Beispiel eine Quint macht sich gut, eine Quart macht sich gut, also sieben Halbtöne oder fünf Halbtöne und ist fünf eine Terz? Ich komme schon wieder mit meinen Intervallen durcheinander, aber ihr wisst, dass ich da eh Schwierigkeiten habe. Also probiert einfach mal mit rum. Oktaven sind auf jeden Fall immer sicher, minus zwölf, plus zwölf Halbtöne. Ist auch in ganz vielen Pop-Produktionen heutzutage zu hören. Wenn eine Stimme an einer Stelle nur mit einem Wort gedoppelt ist und die klingt entweder eine Oktave tiefer oder höher, dann ist es meistens ein Little Older Boy gewesen. Und auch hier natürlich wieder die Möglichkeit, Drive reinzudrehen. Natürlich, wir sind bei den Soundtoys. Auch hier kann wieder richtig Gas draufgegeben werden. Und dann kann hier noch wieder mit Dry-Wet-Regler, mit dem Mix-Regler hier auf der rechten Seite dafür gesorgt werden, ob man nur das veränderte Signal, nur das Original-Signal oder irgendwas dazwischen haben will. Ich bin jetzt hier auf einem Parallelkanalzug. Dementsprechend habe ich hier natürlich alles auf 100% wet gestellt. Und damit du auch hören kannst, wie das Ganze dann im Zusammenhang klingt, gebe ich dir das mal eben mit dem Little Older Boy zusammen und der Hauptstimme. Dann hörst du mal, was hier tatsächlich dazukommt. Wir nehmen mal die zwei Takte davor auch noch. Ausgebufftes Luder, ohne Fahrt kein Ruder. Es wird also interessanter an der Stelle und so Solo abgehört, könnte man sagen, das ist ja viel zu viel. Aber hören wir uns die Stelle nochmal ohne Solo an, also im kompletten Zusammenhang. Und du wirst merken, dass dieses eine Wort durch den Little Older Boy auf der Parallelspur dann einfach interessanter klingt, wichtiger wird und vielleicht vom Zuhörer dann auch anders wahrgenommen wird. Das klingt dann im Zusammenhang so. Komm, ich mach's nochmal für dich. Der Song klingt so ein bisschen wie so eine Udo-Lindenberg-Hymne. Also an dieser Stelle speziell. Vor allem, wenn die Oktave nochmal darunter dazukommt, kriegt es so diesen Touch. Also der Song Flaute von Gnadenbrot hier auf dem Album Kreuzfahrt zu finden und wenn du ihn selber mischen möchtest, als Spuren des Monats im Recording-Blog-Premium-Bereich. Ich hoffe, die Auswahl an Plug-Ins hat dir gut gefallen. Wenn du drei andere Plug-Ins von Soundtoys super findest, dann schreib sie auch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche dir aus welchem Grund auch immer ganz besonders gut gefallen, die du regelmäßig einsetzt. Und wir sehen uns die Tage dann zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Ich muss noch ein bisschen weiter mischen, bevor ich fertig bin. Und dann muss ich noch das große Mix-Tutorial machen. Aber wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu!